ich habe als kleiner junge mal einen film gesehen noch in schwarz weiß damals der war so ähnlich wie der abspann von men in black 2 und zwar man suchte ganz ins kleine hinein da wurde ein mann von der mücke gestochen und man ging bis in die atomare ebene damals noch nicht sehr ausführlich heute wissen wir das viel mehr los ist und dann wieder heraus und dann von der erde weg an planeten vorbei an unserem sonnensystem vorbei bis unser sonnensystem bloß noch teil einer galaxie war und dann wieder zurück auf die erde aber damals kam ich auch schon dieser ähnliche gedanke dass wir vielleicht auch nur bestandteil mit unserer galaxie hier ist mit unserer galaxie vielleicht nur bestandteil von irgendwelchen sandkörner wie es in men in black 2 ist von vielen galaxien oder von spielzeug oder was auch immer sind hat mich nicht losgelassen macht furchtbar spaß mir jedenfalls den schülern bislang auch in den studenten sowieso wir werden uns natürlich auch ein bisschen mit der mathematischen seite beschäftigen aber ich wollte hiermit ankündigen dass es eine neue playlist gibt wir machen also auch mit astrophysik und natürlich weiter auch weil es sehr stark zusammenhängt mit kernphysik weiter aber da gibt es ja schon bereits eine playlist gut das wird alles weiter ergänzt werden ich hoffe euch macht genauso spaß wie uns allen bisher und jetzt zum schluss zum link und dann werdet ihr irgendwie vielleicht auch mit eintauchen in die gedanken welt ich wünsche etwas schönes tschüss